Servus beim Aufschlag mit Bild bei dem BMW Open 2017. Ich freu mich ja so narrisch, dass ich da bin. Endlich wieder ein Tennis-Event. Tennis ist der beste Sport der Welt, weil Tennis ist so unglaublich vielseitig. Tennis kann alles und das zeigen wir euch jetzt. Drinnen am roten Teppich mit unseren Gästen. Aber man kann einerseits natürlich damit auch kochen, nicht nur als Instrument für den Sport. Ich schüttle mal ein paar Nudeln rein und siehe da schon, siehe aber so viel. Skandal im Sperrbezirk, Skandal im Sperrbezirk, Skandal um Rosi. Ja, ich habe gesündigt. Im sechsten Gebot. Natürlich hin und wieder mal eine schiefe Nase, aber die kann man dann wieder grad biegen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier auf dem EFITOS Tennis-Gelände in München. Wir sind bei dem BMW. Oben neben mir sitzt meine bezaubernden Kollegin Anna Kraft. Jetzt fliegt er mal in die Luft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sehen das, Herr Schnellt, das Racket schnellt nach oben und er prügelt ihn rein. Und er macht es, ja. Du bist aber ganz schön fett geworden. Das ist kein Fett, das ist ein Wohlstandsbauch, gell. Ich will jetzt was zum Essen und dann schlafe ich. Hey! Ah! 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 Yeah! Ah! Ja, la, 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 eydi! Ah! Ah! Come on!